Wenn Sie schon ein Extragerät für Gefriergüter besitzen oder genügend Platz für zwei Geräte haben, ist der Feuerraumkühlschrank die optimale Lösung. Er bietet viel Stauraum zum Kühlen von Lebensmitteln zwischen 0 bis 10 Grad. Die Kühl-Gefrier-Kombination ist platzsparend. Kühlen und Gefrieren in einem Gerät vereint. Klassisch sind sie übereinander angeordnet. Top-Freezer mit einem kleinen Gefrierteil über dem Kühlteil. Eine Side-by-Side-Kühl- und Gefrierkombination überzeugt nicht nur mit viel Stauraum, sondern auch als Designobjekt in Ihrer Küche. Es gibt sie mit umfangreichen Funktionen wie zum Beispiel Eis- und Wasserspender sowie ein Barfach. Die Side-by-Side bietet Ihnen nicht genügend Platz? Dann ist die European Side-by-Side genau das Richtige für Sie. Sie besteht aus zwei separaten Standgeräten im gleichen Design, die nebeneinander aufgestellt oder mit einer Verbindungsleiste miteinander verbunden werden können. Die French Door bestehend aus zwei Flügeltüren für den Kühlraum und separate große Schubladen zum Einfrieren Ihrer Lebensmittel. Der Kühlraum und die Gefrierschubladen sind über die gesamte Breite des Gerätes angeordnet, wodurch ausreichend Platz für große und breite Lebensmittel vorhanden ist. Das Kühlgerät mitten im Zentrum Ihrer Küche.